Schlechte Stimmung? Weil ihre Kunden nicht wissen, welche Dienstleistungen und Produkte sie anbieten? Weil die Presse nicht über ihr Unternehmen berichtet? Weil ihre Kunden und Mitarbeitermagazine nicht gelesen werden? Weil sie über Facebook, Twitter und Co. niemanden erreichen? Und weil sie irgendwie immer nur reagieren, anstatt aktiv zu kommunizieren? Dann wird es Zeit für gute Nachrichten! AdHoc verschafft Ihnen Aufmerksamkeit, sodass Ihre Kunden von Ihrem Unternehmen erfahren. Wir bereiten relevante Informationen auf und bringen Ihr Unternehmen zur richtigen Zeit an die richtigen Medien. Unsere Redakteure machen ihre Magazine lesenswert. Unsere Webspezialisten analysieren ihren Social Media Auftritt, erstellen ein passendes Kommunikationskonzept und beraten sie bei ersten Schritten im Social Web. Kurzum, ob Medienarbeit, Corporate Publishing oder Social Media. Mit AdHoc gehört Kommunikationschaos der Vergangenheit an. Informationen bestimmen Ihr Geschäft. AdHoc informiert. Intelligent. Aufmerksamkeit. 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 Aufmerksamkeit.